Bevor ich ins Hallenbad gehe, trinke ich mir erstmal irgendwo ein Tast Kaffee. Dafür gehe ich ins City-Center. Ach, was haben die denn hier? Das sieht aber gut aus. Das sieht aber gut aus. Die haben schon mal öfters hier schön dekoriert. Natürlich immer mit unterschiedlichen Themen. Noch schnell ein Tast Kaffee hier ins Schwimmbad. Muss ich ja schon sagen, hier im City-Center sind wir sehr sauber. Das war es dann auch schon wieder. BR 2020